Es ist immer schwierig, sich aus einem Prospekt oder Katalog oder ein Bild oder aus dem Internet vorzustellen, wie das Produkt wirklich wirkt, was man damit wirklich alles tun kann. Und wir haben hier glücklicherweise die Möglichkeit, in unserem großen Campus verschiedenste Settings auch zu zeigen. Der Hauptshowroom ist hier der WorkCulture Campus, natürlich, weil wir einfach die besten Möglichkeiten haben. Darüber hinaus haben wir aber in allen für uns wichtigen Ballungsgebieten kleinere, aber ich sag mal regional bisschen spezifisch interpretierte Showrooms, die immer wieder unserem Duktus folgen, unseren Stilwelten gerecht werden. Also was besonders an unserem Showroom ist, dass wir eine schöne Unterteilung haben. Zum einen natürlich die Glasfronten, ganz klar. Zum anderen ist es so, dass wir unten die Produkte präsentieren und halt auch einen Bereich haben, wo wir Sonderlösungen präsentieren, also Customizing-Projekte und auf der oberen Ebene quasi Konzepte. Das haben wir voneinander getrennt, je nach Anspruch und Erwartungshaltung des Kunden. Und hier oben haben wir halt verschiedene Stilwelten abgebildet, welche Produkte in welcher Farbkombination mit welchem Stoff in welche Stilwelt passen, um dem Kunden, dem Planer, dem Partner eine Orientierungshilfe zu geben. Der WorkCulture Campus ist aus meiner Sicht wirklich der beste, der perfekteste Ort, um die Leistungsstärke von König und Neurath umfänglich zu erleben. Wir können hier mit allen Sinnen wahrnehmen. Wir sind nicht reduziert auf einfach nur irgendwelche Funktionsinhalte, sondern als Homo Hapticus gehen wir hier durch und begreifen alles auf eine ganz andere Art. Und das ist, glaube ich, ein großer Benefit. Es geht immer mit dem Menschen los. Und der Mensch hat in der Veränderung befindlich häufig auch Ängste, weil man eben ungewiss dieser Veränderung entgegenschaut. Und hier können wir visualisieren, können im Prinzip auch Testfelder anbieten und die Leute können ausprobieren, wahrnehmen und vielleicht sogar erste Sehnsüchte selbst entdecken und entwickeln. Hier begeistern wir unsere Kunden, weil es einfach, die kommen her, wollen neue Arbeitswelten kennenlernen, wollen König und Neurath kennenlernen als Hersteller, als Partner, als Problemlöser. Diese Erfahrung zu sammeln, das ist schon einzigartig in Deutschland. Und bei uns macht das ja auch noch was ganz Besonderes aus, vor allem hier am Campus. Wir haben auch eine große Musterabteilung und machen ja auch viel Customizing und das präsentieren wir dann auch hier. Oder gehen das gemeinsam in den Showrooms, in den Campus durch, um zu sagen, wie sieht dein Tisch von übermorgen aus. Da sitzen unsere Ingenieure mit am Tisch und am Ende des Tages wieder nach Hause und sagt er, den Tisch will ich haben und den kriege ich nur bei König und Neurath. Untertitelung des ZDF für funk, 2017